Okay, er ist verportable. Kann ich mit der Vrench da rausziehen oder wie ist das? Disconnect, okay. Oh, warte mal, geht's mit den Kisten? Das geht mit den Kisten auch. Lols. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Let's Play Station. Ingenieer ist hier zurück auf den Mond und heute beim Versuch die Wasserproduktion anzuschmeißen. Und ich wurde heute gespöldert von Nightshade, weil ich fragte mich ja, wie das denn aussieht mit dem Wasser hier und wo denn hier das Wasser rauskommt. Sein Kommentar, das ist kein Furnace, war dann doch sehr einleuchtend, denn das ist kein Furnace, das ist ein Arc-Furnace. Der Furnace ist logischerweise der hier drüben und der hat da einen Wasseranschluss. Das heißt, da mache ich dann Wasser drin. Ist also dann schon wieder deutlich klarer, was hier abgeht. Ähm, wir können mal gucken, wann das Wassereis schmilzt. Das müsste eigentlich recht niedrige Temperatur sein, oder? Äh, Eis. Okay, das ist nicht das, was ich wollte. Water. Wo ist denn das? Hier, Eis-Water. Äh, Flashpoint. Pacific Heat. Äh, Temperature. Äh, äh, produziert Wasser und Nitrogen, äh, Nitrogen. Specific Heat. Okay. Was bedeutet der Flashpoint? Achso, 0 Grad Celsius. Äh, okay. Ach stimmt, wir haben ja Kelvin. Ja, ich bin ja völlig verwirrt. Ähm, Kelvin ist ja... War das Kelvin mit dem Nullpunkt? Warte mal, muss ich ganz los gucken, dass ich gerade keinen Blödsinn erzähle. 273 Kelvin ist 0 Grad Celsius. Was daran liegt, dass Kelvin quasi dort beginnt. Äh, 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 okay. Genau. 273.515. Äh, was daran liegt, dass Kelvin quasi... Der Nullpunkt Kelvin ist die Temperatur, an der es nicht mehr kälter werden kann, weil jedes Molekül bereits still steht. Ähm, und deswegen muss man halt drüber achten. Also 538 Kelvin ist gar nicht so viel. Das ist gar nicht so viel. Das heißt, wir müssten da jetzt eigentlich Wasser, Eis reinpacken können. Und dann Wasser machen können normalerweise. Das mal gucken. Ja, ich hab da den Toolbelt. Ich will aber den, den Belt hier. Und, äh, so, was hab ich denn jetzt gemacht? So, den ich hier anpacken. So, und jetzt, wenn ich hier draufklicke, dann kann ich das als Eis nehmen. Äh, machen wir mal 10 Wasser rein in das Dingens. Und dann solltet ihr jetzt daraus Wasser machen. Und dann... Er hat nix drin, ne? Der Druck dürfte hochgegangen sein bisschen. Temperatur ist runtergegangen. Und jetzt hab ich hier wahrscheinlich Wasser drin. Wenn ich jetzt hier was anschließe, dann müsste ich in der Lage sein, dort Wasser rauszuziehen. Ähm, ein weiterer Tipp, der kam halt, war von wegen, hey, du musst das Ding in so einen Block einbauen. Dann verlierst das Ding keine Temperatur mehr. Ähm, das hatte ich bereits gesehen irgendwo. Und ich glaub, im Wiki steht das da drin. Allerdings ist das, glaub ich, nicht unbedingt so geplant. Das klingt nach einem kleinen Exploit. Ähm, das Ziel ist es, dass das Ding in einem Vakuum keine Temperatur verliert. Also in einem, in einem geschlossenen Raum mit Vakuum. Ähm, und das werden wir machen. Aber noch nicht jetzt. Weil aktuell ist ja mal, ob das Ding jetzt ein bisschen Druck verliert, ein bisschen Temperatur verliert oder nicht, ist völlig egal, weil ich mich verschmelzen will. Schmeiß ich ein bisschen Eis rein, schmeiß ich ein bisschen Volatil dran. So viel Material brauche ich gerade nicht, dass die permanent hohe Temperatur notwendig wäre. Deswegen ist es schon okay. Dann machen wir das so. Wir müssen auf jeden Fall bald mal einen, äh, ein Ventil anbauen, dass ich den Druck ablassen kann. Weil bei 60 Megapascal, fangen dann Rohre und auch der Tank eventuell und zu explodieren. Und ich habe gehört, dass der, wenn der hochgeht, ist es gar nicht so lustig. Das habe ich so gehört. Anyway, lass uns mal, habe ich jetzt gerade aus hier oben? Ja, da wird gerade die Batterie leerer. Ist aber okay. Kann ich da gucken, wie viel da noch drin ist? Irgendeine Anzeige oder irgendwas? Wäre schon, wenn wir mal nicht da runterfallen würden, nächstes Mal. Danke. Ne, ernst, es gibt nur einen On-Off-Schalter, aber keine Anzeige zum Lesen. Bei dem Batterie-Panel sehe ich das, aber bei dem nicht. Okay. Da muss ich mich drauf, hier wäre ein Datenport. Warum kann man da die Daten auslesen? Ähm. Ist mir das aber gerade nicht so wichtig, tatsächlich. Wir haben ja noch genug Strom. Ich sehe, wenn der hier blau blinkt, weiß ich, dass oben leer ist, quasi. Ähm, gut. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen heute uns um die Wasserversorgung kümmern. Das war... Power critical. Ja, ist ja gut. Eine Fresse. Dann einmal hier die große Batterie raus. Dann hat der Suit und dann einmal austauschen. Zack. Und wieder rein. So. Jetzt saugt er oben den Strom raus. Sagt ihn in die eine Batterie, das passt aber. Ähm. Was haben wir jetzt hier alles drinne? Das ist das DOR-Scanner, Kit-Locker, Wasser, Wasser, Futter, Tische. Da war nichts Wichtiges drinne. Das ist nur zum Anpflanzen und zum Kochen. Was haben wir da oben? Ein Pipe-Warf. Das ist schon mal gut. Das können wir dann später gebrauchen. Äh. Äh. Dann haben wir da den... Das ist das kleine Solarpanel, ne? Genau. Dann haben wir Ironwalls, Flares, Network-Analyzer. Das ist also nur Blödsinn. Ironwalls. Dann haben wir da eine Tür, den Power-Controller nochmal. Was wir noch einen brauchen. Duct-Tape, nochmal Wasser hier drüben, Plastischeets, Air-Conditioner, Portable Air-Conditioner, Portable Hydroponics. Also ich könnte quasi schon, dass ich schon Raum aufbauen, damit die Portables arbeiten. Tatsächlich. Äh. Scheiß drauf. Moment nicht richtig. Äh. Labeler. Das ist alles nur Farbe und Gedöns. Okay. Also ich habe gerade nichts wirklich Sinnvolles dabei, um hier mit den, äh, um die Wassersachen herzustellen. Das heißt, wir müssen jetzt uns darum kümmern, dass wir einmal die Sachen herstellen. Ich brauche dazu erstmal den Pipebender. Der wird, glaube ich, hier gemacht, ne? Äh. War er nicht. Okay. Dann war es an der Autolasse. Da ist auch nicht Saft drauf. Du holst die Waldweh. Guck dir das an. Das Ding ist jetzt schon halb voll. Und hier ruht sich nichts. Und der macht noch, der blinkt noch. Okay. Das ist super. Äh. Lasse. Und jetzt hätte ich gerne den Pipebender. Genau. Hydraulik Pipebender. Das Kitz. Das Ding braucht Eisengold Kupfer. Dann haben wir hier rausziehen den Spaß. Äh. Ich habe kein Eisen hier drin. Okay. Ich muss Eisen produzieren erst. Äh. Okay. Dann lassen wir mal ganz kurz Eisen produzieren. Rucksack. Mining Build. Da. Machen wir Eisen. Anschalten. Gönn dir. Ich denke der, äh, der, der Arb Furnace ist glaube ich vom Schmelzen nicht schlechter als der normale Furnace, oder? Oder? Bisher gibt es noch Unterschiede. Warte mal. Äh. Gucken wir mal ganz kurz. Furnace. Ich muss vielleicht nur halt eben langsamer halt. Äh. Das ist ja falsch. Ich will den Arb Furnace haben. Äh. Es sind meistens noch weiter. Bist du das? Das ist ja so beschritten. Äh. Genau. Äh. Äh. Lässt halt Gase raus. Die ich aktuell halt eben verschwende. Äh. Die kann man auch nicht auffangen. Genau. Oh. Und man sollte den Arb Furnace nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Na okay. Äh. Äh. Und der kann halt keine, keine Aloe erstellen. Aber ich denke der ist ansonsten von der Productivity. Ich will mal kurz ins Wiki. Glaube ich exakt genauso wie der. Also ich habe jetzt ja keinen Vorteil wenn ich jetzt Eisen am Ding schmelze. Äh. Furnace. Stationers. Äh. Da 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 da. So der Arb Furnace. Ist noch da da. Genau. Der Furnace braucht man für Aloe. Aber den kann man für normale Schmelzen verwenden. Eine Sekunde braucht halt Strom. Ganz klar. Äh. Eisen. Immer 1 zu 1. Ich komme mal bei Ivan Engels gerade. Ja. Ich denke es ist ganz normal 1 zu 1. Ja. Okay. Ist in beiden Fällen gleich. Also das ist das Einzige was ich habe. Ich habe halt eben die Gase die flüchtig sind. Die dann einfach verschwinden. Aber das ist mir in dem Fall tatsächlich gar nicht mal. Oh jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist oben leer. Okay. So. Dann haben wir jetzt das Eisen hier. Das kann da jetzt rein. Und einmal ganz kurz hier den Spaß rausschmeißen. Das wieder einschalten. Sonst wirkt das wieder nicht. Da war Eisen drin. Da war Eisen drin. Oh okay. Ach dann braucht das Rezept kein Eisen. Okay. Dann darfst du wieder rein. Äh. Den Stahl brauche ich. Oh. Den Stahl brauche ich ja nicht. Kann auch da bleiben. Das Eisen geht dort wieder rein. Aber ich brauche Opfer und Gold. So. Und jetzt sollte ich hier in der Lage sein. Genau. Den Pipe links zu bauen. Und der braucht ein bisschen. Okay. Der braucht ein bisschen Strom. Okay. So hier oben ist es leer. Aber da geht schon bereits die Sonne auf. Da hinten. Ich sehe schon leicht schimmern. Das heißt. So gleich gehen die Solarpanne wieder an. Und dann ist wieder gut. Wir haben ja echt rumgeasst mit dem Stromrad. Ich habe eine komplette große Batterie aufgemacht. Ich habe geschmolzen. Das heißt also. Die Stromversorgung ist auf jeden Fall super. Da brauche ich mich gerade nicht mehr groß drum kümmern. Was wir machen können. Wir können hier jetzt den ganzen Spaß abreißen hier. Denn die Sachen brauchen wir gerade alle gar nicht. Die sind einfach wirklich nur über. Und die Wendel brauchen wir die halt eben später mal. Dazu. Den Toolbelt auf. Und einmal die Wirecutters genommen. Und dann einmal. Die Wrench übrigens. Nicht die Wirecutters. Den Schraubenschlüssel. Auch ein Tipp der häufig genannt worden ist. In den Kommentaren ist. Dass man halt eben. Mit dem. Mit der Wrench. Oder dem Cutter in der Hand. Kann man die Sachen direkt überbauen. So und das Airlock. Auch rauspacken. Ich packe erstmal ganz kurz hier. Den packen wir dann gleich weg. In den. Dingens. Hier werde ich wahrscheinlich den Bohrer brauchen. Um es abzubauen. Denke ich mal. So dass ich nicht immer erst die Dinge abreißen muss. Und dann. Aktive Wend. Und den Sensor. Den Sensor. Dann mal los. Den wegpacken. Den wegpacken. Und das mit wegpacken. Und einmal in die Kisten legen. Dann ist das nämlich alles weg. Dann könnte man eigentlich sogar die Wand abreißen hier, oder? Oder? Nein, das schießt ja nicht. Oder? Nehmen wir sie weg. Brauchen wir sie weg, oder? Dann einmal die Krober in die Hand. Und einmal das Ding in die Hand. Und jetzt. Abreißen. Krober wieder weg. Und stattdessen jetzt den Winkelschleifer. So. Okay. Und dann lass ruhig. Ach, lass ruhig das Ding. Oder? Wie möglich brauchen wir die ja mal. Die. Die Platten. Wir sind mal. Wir sind mal spartanisch gerade. So. Tool weg. Und aufheben. Oben kommt wieder Strom rein. Perfekt. Das lädt sich wieder. Sehr, sehr gut. Dann einmal die Kisten vollkrachen. Da ist ja wieder noch genug Luft gewesen. Hier. Da waren die Iron Walls. Okay. Und dann einmal jetzt die ganzen anderen Sachen weg da. Das Airlock kann da rein. Sohle kann da rein. Sensor kann da rein. Aktives Event. Und die Pipes behalten wir ruhig. Genauso wie die Platten. Die packen wir hier hin. Okay. Wie sieht es eigentlich mit meinem Sauerstoff aus gerade? Boah. Da ist noch Luft. Da ist noch. Da ist noch Spaß. Okay. Okay. Nun denn. Dann lass uns mal jetzt den Kollegen aufbauen. Oh shit. Ich habe jetzt keine zwei gebaut, oder? Ne. Da wurde glücklicherweise nur was für einen drinne. Ja. Sonst hätte gerade mehrere gemacht. Und die Pipes. Dann stellen wir jetzt hier drüben mit auf. Hunger, Caution. Hunger, Caution. Yes. Okay. Da haben wir den Input, den Output. Strom geht von vornherein. Wenn ich da in den Strom reinpacke, komme ich von beiden Seiten gut ran. Die Behandlung des Furnes wird ein bisschen komplizierter. Aber es ist ja alles eh nur temporär. Also ich komme da. Ja, ich komme noch ran. Es geht noch. Ja. Ist nicht perfekt, aber es geht noch. Okay. Wir brauchen jetzt Strom. Das heißt, wir müssen da einmal jetzt den Strom längs ziehen. Also erstmal fertig bauen hier. Dazu brauchen wir vermutlich gerade den Toolbelt. Und ich denke mal den Vrench. Das ist zum Deconstructen. Welding Torch und Iron Sheets. Okay. Torch und... Sheets. Jetzt brauchen wir die Cable Coil. Da müssen wir auch bald mal neue machen, denn die werden langsam aber sicher knapp. So. Wird wieder jetzt vermutlich wieder das Schweißgerät. Wir brauchen jetzt die Plasteplatten dafür. Die sind noch drüben im... Ähm... Noch hier drüben irgendwo gewesen. In einem der Kisten da. Plasteplatten. Wechseln, anschalten und schweißen. Und jetzt den Screwdriver nochmal zum Feintuning. Yay. Okay. Das weg. Plasteplatten weg. Äh... Kabel hier und den Wirecutter dort. Und jetzt möchte ich gerne folgendes tun. Und zwar das T-Stück. Achso. Alles klar. Jetzt wieder das gerade Stück. Nach da. Dort und nach... Dort. Okay. Gerade so genug. Und jetzt sollte ich in der Lage sein, dann den Dings zu bauen. Jetzt mal einschalten. Jawohl. Strom haben wir da. Und ich kann jetzt Kanister machen. Pipes machen. Aber vor allen Dingen kann ich machen... Äh... Den Liquid-Kanister. Wir brauchen die Liquid-Pipes, ne? Ich hab nur die Gas-Pipes. Richtig? Ja. Die kann ich wechseln sogar. Okay. Ich möchte haben den Flaschenfüller. Kit-Kanister. Äh... Den Liquid-Kanister-Storage, glaube ich, der ist das, ne? Ich gucke mal ganz kurz. Sicher sag mal nur kurz nach. Dass ich nichts verkehrt mache. Äh... Water. Ne. Den Water-Bottle-Filler brauchen wir. Das war's. Äh... Water. Genau. Das hier. Den Wasser-Flaschenfüller. Das braucht Eisen-Kupfer-Silikon. Dann... Einmal raus hier. So. So. Das Gold packen wir ruhig, äh... Erstmal hier mit rein. Ihh... Zack. Zack. Und... Jetzt muss ich Silikon holen. Die Frage ist, kann ich Silikon selber verarbeiten? Oder muss ich das irgendwo anders noch produzieren? Silikon... Äh... Nö, einfach nur durch den Furnus durchballern. Okay. Ich habe vermutlich noch kein Silikon am Start. Äh... Äh... Ne, habe ich nicht. Okay, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz eine Runde Silikon suchen gehen. Den Mining-Bit legen wir jetzt direkt an. Und gehen auf die Suche nach etwas Silikon. Denn Silikon macht das schon. Sag mal da... Du bist... Kohle? Kohle. Brauche ich gerade aber nicht. Ich kann das mal aus. Braucht nur unnötig Strom. Mit Hunger und Durst mal wieder. Das ist normales Wassereis, ne? Oder dieses... Ne, das ist Oxideis, ne? Ich sehe es gerade nicht. Jetzt so. Ja. Das ist Oxideis gewesen. Noch mehr Oxideis. Was... Wollen wir da nicht dann machen? Äh... Das ist Silikon, oder? Ja, hier ist Silikon. Perfekt. Dann los. Wir lassen oben wieder einen rausgucken, dass wir wissen, wo das Silikon ist. Und fangen wir uns dann mal durch den Boden an, durch den Boden zu fräsen. In der Haufe noch mehr Silikon freizulegen. Dass wir zumindest dann einmal einen kompletten Schwung Silikon machen können. Dann können wir daraus den Wasserflaschenfüller machen. Und dann können wir dort das an den Furnace anklemmen. Und... Das Bedarf, was anfällt, äh... Das Wasser, was anfällt, eben dann direkt in Wasserflaschen füllen. Okay, was habe ich gerade drin? Wie viel? Silikon 15 erst, okay. Da geht doch mit Sicherheit noch mehr. Es zeigt sich nur gerade nicht. Hallo? Silikon? Sind wir da? Da. Da ist noch mehr. Wir gehen mal in die Richtung so ein bisschen. Zack. Silikon. Silikon 25. Ach, guck mal hier. Jackpot. Nice. 33. 36. Komm. Mach mal die 50 voll, oder? Sollte da doch irgendwann vielleicht mal genug Material haben, dass ich halt wirklich dann komplett überall, ähm, alles Material drin habe. Aber, hey. Hier, hier, da, da. Black hat was. Hier drüben auch. Wenn man mit dem, mit dem Maus so drüber geht, sieht man immer wieder, dass da eventuell was ist. Da ploppt dann so ein Tooltip auf. Hier einhauen, dann haben wir, glaube ich, genug. Okay. Auf das Silikon, raus, ab nach Hause. Und zu Hause ist dort. Alles klar. Das Silikon haben wir jetzt in den Furnace und machen dann dort daraus entsprechend unser... Okay, wir haben tagsüber nicht so viel Strom bekommen, wie ich dachte tatsächlich. Okay. Anyway. Silikon erst rein, einschalten, durchbrezeln. Erstmal aus. Und aus. Solange die Batterie da oben nicht voll ist, würde ich jetzt ungern, würde ich jetzt ungerne Strom verbraten, unnötig. Trinken wir einen Schluck Wasser. Und während wir warten, können wir uns ja mal ganz kurz ein bisschen... bisschen was zu futtern reinpacken. Trink ich mir jetzt drüben hin. Futter, Wasser, schlürf, 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 schlürf. Mampf, wampf, 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 wampf. Und dann sind wir schon wieder fröhlich mit dabei. Und Wasser wird langsam echt knapp. Okay. So, wie sind wir mit dem Silikon? 32, okay. Das könnte ein bisschen dauern. Wie viel Silikon brauche ich hier für das Ding? Acht. Oh, ich habe nicht genug Eisen. Kein Problem. Ich mache mal ganz kurz hier dann tatsächlich aus. Eizte denn hoch irgendwas oder? Immer dieselbe Geschwindigkeit, ne? Ich wünsche, ich könnte direkt sehen, ohne jetzt noch was anschließen zu müssen, wie viel Strom da drin ist. Als Zahl und nicht nur als Balken. Okay. Okay, der ist gleich durch. Dann haben wir das fertig. Dann gehen wir mal ganz kurz hier bei und lassen hier mal das Eisen raus. Danke. Äh, da. Einmal Eisen. Da rein. Und den Stahl. Kann man ja wieder zurückpacken. So. Okay, noch haben wir Strom da. Aber... Mal gucken. Die letzten sieben Gramm Silikon. Und dann können wir den Wasserflaschenfüller anmachen und entsprechend dann anklemmen. Äh, mache ich erstmal unten mit. Wir haben ja... Ne, wir haben keinen Fluid Valve. Wir haben einen Valve Kit. Haben wir. Im Ende kann man damit auch eine Flüssigkeit Dings machen. Musst ihr mal schauen. So. Okay. Wir sind da durch. Strom ist noch stabil. Da haben wir jetzt 50 Gramm Silikon. Wir gehen jetzt hier rein in den Kollegen. Jetzt kann der uns dann den Wasserflaschenfüller herstellen. Äh, einschalten. Los geht's. Das geht relativ fix. Sehr gut. Und abschalten. Perfekt. Power low. Okay. So, das ist der Wasserflaschenfüller. Das Dingens. Den würde ich tatsächlich da unten dran klemmen. Äh, lass mich ganz kurz mal ganz kurz dann die Pipes in die Hand nehmen. Und wenn ich jetzt die Pipes so stelle. Au. Wow. Aber das scheint zu gehen. Okay. Das zählt aber offenbar nicht. An der Stelle. Okay. Ich packe den mal hier hinten hin dann. So, da kommt die Flüssigkeit rein. Da kommen die Daten ran. Okay. Äh. Einmal wegpacken. Und stattdessen den Tool Build. Äh. French. Der Connected ist nicht richtig. Das ist die falsche Pipe. Kann ich nicht eventuell sogar einfach heute mal. Das geht doch bestimmt. Und. Dass ich direkt den Kollegen anklemme, oder? Placement Requires Support. Okay. Müsste da so, wenn du dann noch eine Wand hinstellen wahrscheinlich. Und dann nochmal ein Frame. Frames, 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 Frames. Wo hab ich den jetzt wieder hin gepackt? Äh. Ehh. 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 So. Packen den Rest. Einmal verschweißen. Das muss man dann nicht wieder durchfällständig. Ähh. Ehh. Welding Torch. Okay. Und jetzt noch. Shit, wo bin ich jetzt hingepackt? Oh. Da. Wartest du ein? 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 Ja. Da oben hab ich die Frames rein gepackt. So. Deine zum anklemmen da. Das würde gehen, aber das nicht. Da ist das Ding im Weg wahrscheinlich. Okay. Wir brauchen also eine Wasserflasche in dem Fall. Eine Wasserpipe. Liquid Pipe. Fluid Pipe in dem Fall. Ehh. Fluid. Liquid. Pipe Wolf. Liquid Kanister. Ehh. Ehh. Pipe Heater. Liquid Tank. Wir könnten einen Tank dazwischen klemmen noch, ne? Ehh. Ehh. Insulated Liquid Tank. Ehh. Ehh. Liquid Drain. Liquid Pipe. Das ist ein guter Punkt. Gefräert das Wasser nicht, wenn ich das rausleite? Aber gut, die bleibt dann in der Wasserflasche auch. Okay. Und wir könnten jetzt einen Pipe Wolf dazwischen klemmen. Das übergeht aber glaube ich auch nicht. Ehh. Ehh. Hier. Liquid Pipes. Da sind sie. Ehh. Was kosten die Liquid Pipes? Die kosten ein bisschen Eisen. Okay. Kein Problem. Danke. Und dann... Liquid... Gehen wir mal direkt mal einen Tank. Was kosten so ein Tank jetzt? Ein kleiner. Ehh. 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 Kit Liquid Tank. Portable Liquid Tank. Okay. Kit Tank. Ehh. Dann würde ich sagen, wir nehmen wir den normalen Liquid Tank. Kostenpunkt. Stahl. Machen wir nicht. Aus. Geht erstmal nur darum, dass wir Wasser kriegen erstmal. So. Da jetzt eine Pipe anklemmen. Das geht. Und da jetzt den Kollegen anklemmen. Das geht auch. Alles klar. Und wenn ich da jetzt die Wasserflasche reinpacke. Müsste sie sich füllen oder? Braucht er Strom? Der braucht Strom. Der braucht Strom. Der braucht offenbar tatsächlich Strom. Okay. Okay. Sie brauchen ja jetzt Strom, die Sau. Och. Menno. Wir könnten den Strom hier abziehen. Dann müssten wir es aber. Okay. Wir müssen noch ein paar Pipes machen dann. Und ein paar Kabel. Ich brauch mal Stromkabel. Ehh. Ich vermute mal die Kabel mache ich hier in dem Gerät. Ehh. Ehh. Cable. Genau. Cable coil. Lass mich raten. Kupfer. Okay. Ehh. Dann gib mir hier den Spaß. So machen. Das darf da alles wieder rein. Ehh. Zack. Kupfer geht dann durch. Dort gleich rein. Ehh. Ehh. Und die anderen Sachen gehen dort wieder rein, wo sie hergekommen sind. Ehh. 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 Der Sext war eigentlich Thet Person. An sich aber das geht hier offenbar nicht. Gut. Ehh. 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 sonst noch zu wenig wird und wir können hier drüben schon mal dann ein paar weitere pipes machen das war eisen es gibt uns geht sogar noch okay danke aber verklickt flüssigkeiten gib ihm okay wir sind aus strom technisch der lädt das lädt da sieht es gut aus die kabel sind durch das soll reichen noch mal schluss da wir ganz kopf verbrauchen und die ein darfst du es gerade ein halbes kupfer über ok da stapelt sich offenbar die pipes da gerade gut ich dann wollen wir jetzt einmal die kabel verlegen geht mal weg und du gehst mal dahin außerdem kannst du dort mit daran so also ich möchte jetzt gerne das kabel von hier wir können ja einfach das muss ich stehen hier erzieher kommen von hier aus vermutlich nicht oder man könnte man hier lang legen können das kabel ok dann brauchen wir jetzt wieder das genau das t stück einmal rum eine da habe ich gerade das große t stück gemacht na ja da habe ich gerade viel zu viele dinge verpasst ich wollte nur das normale haben danke und jetzt einmal den drehen und dann geradeaus so jetzt brauchen wir die vrench und den und die liquid pipes abreißen das profitieren ja das braucht den bohrer gleich nochmal dann sobald wir dort sind ich möchte gerne das drehen in die richtung dankeschön noch mal in die richtung und ruhig noch einen gerade machen wir können auch hier packen müsste man nur einmal dort dann das ding ersetzen oder macht auch okay also ersetzen geht direkt nicht wenn ich halt eben dann ja okay doch mal abreißen gerade dann eine drehung wieder und da kommt dann jetzt der kollege ran das heißt einmal das ding weg packen das ersetzen durch den bohrer da dankeschön den dann so platzieren unten nochmal strom dran und jetzt müsste das gehen das weg packen das weg packen so jetzt die wasserflasche da rein es blinkt und die flasche füllt sich perfekt ist jetzt logischerweise nicht es blinkt wo die flasche sich füllt ich habe gerade die nächste flasche nochmal rein ich werde vermutlich ein bisschen mehr eis noch durchbrechen müssen dass es klappt so sieht es aus ja das ist eine leere wasserflasche und damit habe ich jetzt Wasser ich kann jetzt Wasser machen im furnace und das dann in den flaschen füllen und entsprechend wegschlürfen und habe dann da meine ruhe also strom und wasser ist jetzt geklärt das ist schon mal ein guter start jetzt geht es halt eben dann wirklich um die nahrung aber da haben wir noch ein bisschen mehr luft weil da ist ja noch ein bisschen was vorhanden das heißt wir sollten dann also wirklich dann wirklich erstmal anfangen eventuell dann endlich mal eine vernünftige basis zu bauen und vielleicht auch mal die kisten und den länder komplett abbauen den sauerstoff hier müsste ich auch mal rausziehen da glaube ich wo ist denn da der griff von dem sauerstoff dingens hat der denn so ein so einen anschluss wo man dann den tank direkt reinpacken kann oder wie ist das okay er ist verportable kann ich mit der vrench da rausziehen oder wie ist das disconnect okay oh warte mal geht es mit den kisten das geht mit den kisten auch lols okay wo ist denn der griff hier wo ist denn dein griff vom anpacken er hat nur einen anschluss wo ich noch so jetzt einen tankhalter ne oder kann ich meine gasfasche da irgendwie rantackern ne leftmost increase ja ich will es definitiv nicht nicht inquisen ich will es definitiv nicht hier links machen ich muss also erstmal wahrscheinlich den hinstellen irgendwo wo ich das auch anklemmen kann vermute ich machen wir dann auch mal machen wir als nächstes dann als nächstes machen wir dann eine tankhalterung und einen oxygen füller und dann wenn wir mal die kisten abreißen und den länder abbauen und das alles ein bisschen besser drapieren dass wir dann entsprechend dann tatsächlich ein bisschen mehr ordnung haben und dann können wir uns darum kümmern endlich eine vernünftige basis zu machen mit hydroponics mit futter wasser und so weiter und so fort dass wir halt eben dann wirklich mal vorwärts kommen und halt eben eine funktionierende basis bauen und ich weiß gar nicht genau was das ziel ist ich vermute ich eine rakete bauen um wieder nach hause zu reisen zu können denke ich mal das wäre so meine erste idee aber wir werden es tatsächlich sehen wenn es soweit ist ja ich brauche ich brauche dringend bei saustoff weil nämlich in meinem rucksack ne im helm ist das ne ne äh war es doch in der suit ja in der suit ist das äh da ist nämlich langsam problematisch mit den filtern letzte filter füllt sich langsam ich muss also dringend langsam den carbon dioxide loswerden oder neue carbon warte mal was kostet so ein carbon dioxide filter äh filter medium filter heavy filter filter water äh soll ich das wasser vorher filtern ah das geht bestimmt äh ich glaube es nur wenn man halt eben wirklich Sachen raussaugen will aus einem strom von flüssigkeiten ähm heavy filter medium filter oxygen der braucht den pipe naja konstantan ok konstant ist auch ein alloy ne ok nächste folge medium filter die oxygen filter kisten abbauen länder abbauen und äh dann so vorbereiten dass wir halt eben dann irgendwann mal eine basis bauen können die eventuell auch ein bisschen länger hält wird wie ich mir gefallen hat schnauze wie ich mir das video gefallen hat gerne subskriben oder es ist wichtig dann gibt es mehr von mir wir sind in der nächsten folge wieder dahin tschüss tschüss